guten morgen und frohe weihnachten herzlich willkommen am 24.12.2019 das letzte türchen das linn aufmacht und es gibt täglich und es gibt ganz viel oh 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 erstmal rausholen es ist immer das letzte und es ist immer das schwierigste und wir packen das erstmal aus und gucken was alles dabei ist das hat sich richtig gelohnt wir gucken mal durch als erstes haben wir noch mal einen zauberstab von der farbe haben wir schon mal drei und noch mal ein paar ersatzteile aber okay schokolade kennen wir auch eine druhe in einem hellbraun ist ganz nett und die hedwig figur aus der neuen serie betrugt und nicht mehr nur weiß und auch eine neue form sehr schick dann haben wir hier ein buch mit vengardium liviosa ganz cool das buch auch so zum zuklappen und jetzt kommt mein absolutes highlight und zwar hier der von professor mcgonigal minerva mcgonigal unterschriebene brief dass harry doch bitte nach hogwarts kommen soll wäre das mal als zweites türchen gewesen hätten wir quasi das erste jahr fast komplett erzählen können in der reihenfolge das war es auf jeden fall mit dem adventskalender für dieses jahr mit dem harry potter adventskalender für dieses jahr wenn ihr den city adventskalender noch nicht gesehen habt könnt ihr das machen das kam auch jeden tag und uns bleibt erstmal nichts anderes als vor weihnachten und in dieser konstellation bis zum nächsten jahr tschüss das ist